Durch den Ankauf von Staatsanleihen pumpt die EZB zusätzlich Billionen Euro in die Märkte. Sonst droht dem System der Kollaps. Der Preis, eine Geldflut. Irgendwo muss es dann hin, das viele Geld. Etwa in Aktien und Immobilien, deren Werte stark steigen. Resultat, eine gigantische Vermögenskonzentration ganz oben. Bill Gates, als reichster Mann der Welt, besitzt 65 Milliarden Euro, der Börsenwert seiner Aktien. Zum Vergleich. Etwa 5 Billionen, also nur rund 100 Mal so viel, ist die Summe allen Bargelds auf der Welt. Euro, Dollar, Pfund. 75 Billionen Euro ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die im Jahr geschaffen werden. Das ist die reale Wirtschaft. Viel höher als die erwirtschafteten Güter sind die Schulden der Welt. Staats-, Unternehmens- und private Schulden. Die Welt lebt auf Pump. 705 Billionen ist der Wert aller Finanzderivate, der spekulativen Finanzwetten auf die Zukunft. Die haben fast nichts mehr mit realen Gütern zu tun. Zur Erinnerung. Das ist das Vermögen von Bill Gates. Bis 1971 ist die Welt finanziell im Gleichgewicht. Die Währungen sind mit Gold gedeckt. Die Realwirtschaft steht mit der Geldmenge in Balance. Dann braucht US-Präsident Nixon Dollars für den Vietnamkrieg und lässt die Geldpresse anwerfen. Auch weil die OPEC-Scheichs den Ölpreis erhöhen. Dieses Geld flutet daraufhin die Welt. Die Banken denken sich neue Anlagemodelle aus. Nicht mehr mit Waren, allein mit Geld wollen sie noch mehr Geld machen. Der Anfang der Finanzbranche von heute. Kreditkarten und Zero-Konten beschleunigen Finanzgeschäfte. Mit dem Zauberwort Liberalisierung werden ehemals öffentliche Aufgaben, wie etwa die Altersversorgung, privatisiert. Die private Wirtschaft kann alles besser als der Staat. Angeblich. Neue Billionen kommen ins Spiel. In London entfesselt Maggie Thatcher die Banken. Und in den USA will Clinton die Wall Street. Auch Gerhard Schröder setzt auf die Karte Liberalisierung. Geld soll noch mehr Geld verdienen und so für Wachstum sorgen. Das globale Casino ist eröffnet. Der Liberalisierungsweg war ein Irrweg. Und das Wort Liberalisierung ist ja auch schon sehr, sehr schief. Also wenn ich Merkt, die geordnet gehören, entfessele und ein Chaos entfessele und eine Geldlawine auf die Welt loslasse, da kann man das Liberalisierung nennen. Aber es war eine Interessenpolitik. Und wir sehen, in wessen Interesse das war. Es war ein Interesse der Reichen. Und es hat die Welt in etliche Schwierigkeiten geführt. Mit der Liberalisierung explodieren die Geschäfte der Banken. Sie agieren jetzt international. Großbanken werden zu Investmenthäusern, die Mega-Deals finanzieren. Immer mehr Geld geht in Spekulationsgeschäfte. Dort werden die satten Gewinne gemacht. Mit realer Wirtschaft hat das immer weniger zu tun. Sind nur die Notenbanken für die Geldflut verantwortlich? Oder woher kommt das viele Geld? In Siegen beschäftigen sich Wirtschaftsstudenten genau damit. Was wissen die Leute über die Herkunft des Geldes? Das wollen sie rausfinden. Es geht um das Thema Geld. Wir sind von der Uni Siegen und machen ein Forschungsprojekt. Was für Sie Geld bedeutet? Ohne Geld geht gar nichts. Woher würden Sie sagen, kommt das Geld? Auf jeden Fall nicht von mir. Wie wird Geld überhaupt erschaffen? Durch Arbeiten natürlich. Weiß ich jetzt einfach nicht? Da kommt es aus der Bank. Aus der Bank, okay. Der Staat. Da kann ich Ihnen so nichts zu sagen. Bin ich etwas überfragt, muss ich sagen. Das Fazit? Er ernüchternd. Es war sehr unterschiedlich. Also viele hatten gar keine Idee, wer das jetzt eigentlich herstellt. Es gab durchaus auch mal so Bank oder es wird gedruckt. Oder Manipulation war auch hier und da mal ein Thema. Aber es war schon so, dass die meisten wirklich gar nicht wussten, wo es herkommt. Den Finanzfachmann Helge Poikert ärgert schon lange, dass in den Wirtschaftswissenschaften Geld so gut wie keine Rolle spielt. Es gilt vielen nur als neutrales Tauschmittel. Es ist eine große Merkwürdigkeit, dass nicht nur in der Öffentlichkeit hier eine große Unklarheit, was ja die Umfrage der Studenten heute gezeigt hat, besteht. Sondern auch im Bereich der Wissenschaft, ja sogar bis hinein in Bankenvorstände, der Geldschöpfungsprozess doch teilweise eine sehr mysteriöse Angelegenheit zu sein scheint. Das Schweigen der Banken hat Gründe. Sie müssten ihren Kunden erklären, dass sie es selbst sind, die Geld schöpfen. Und dass sie davon gewaltig profitieren, erklärt Poikert seinen Studenten. Geld sei eben nicht neutral. Nicht die Notenbanken, die privaten Banken selbst schaffen das meiste neue Geld. Das nennt sich Giralgeldschöpfung. Geld kommt in die Welt, indem jemand zur Bank geht, einen Kredit aufnimmt und dann eröffnet die Bank ein Konto und schreibt eben diesen Betrag gut als Kredit. Und ja, und dann hat sie eine Verbindlichkeit gegenüber dem, der den Kredit aufgenommen hat und dann hofft sie, irgendwann zahlt dann zurück. Das heißt also, der ursprüngliche Impuls der Geldmengenschaffung, der geht von den Privatbanken aus. Das ist neu für die meisten. Viele sind der Meinung, dass ein Kredit so funktioniert. Sparer bringen ihr Geld zur Bank. Und die Bank verleiht dieses Geld dann an einen Kunden weiter. Zum Beispiel an einen Häuslebauer oder an einen Industriebetrieb. So ist es aber nicht. Sondern wenn jemand spart, dann wird dieses Geld praktisch auf dem Sparkonto stillgelegt. Vorteil für die Bank, er kann es nicht abheben. Und wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann wird das praktisch aus dem Nichts geschaffen. Und diese beiden Vorgänge haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, obwohl es so aussieht und obwohl es in den Lehrbüchern steht. Und so funktioniert es. Der Kunde möchte einen Kredit über 10.000 Euro. Seine Bank muss dafür ein bis drei Prozent, also mindestens 100 Euro, bei der Zentralbank als Reserve hinterlegen. Das ist alles. Dafür darf seine Bank quasi per Knopfdruck die Kreditsumme von 10.000 Euro auf das Konto des Kunden überweisen. Die Bank schöpft also aus 100 Euro 10.000 Euro elektronisches Geld und kassiert dafür Zinsen. Die Giral-Geldschöpfung, eine Lizenz zum Geldverdienen. Die Banken sind natürlich glücklich, dass sie die Geldschöpfung betreiben können, weil ihnen das einen Freiheitsspielraum gibt. Und sie da diese sogenannte Senior Rich, also den Geldschöpfungsgewinn, einkassieren können. Das sind immerhin ein paar Milliarden im Jahr. Wer würde gern darauf verzichten? Die garantiert nicht. Also die Tatsache, dass Privatbanken im Prinzip selber Geld auf Knopfdruck erschaffen können, das war früher das Münzprivileg. Das hatten die Fürsten, das hatten die Staatsmänner. Das ist im Prinzip ein Privileg, aus dem Nichts Geld und damit auch Gewinne zu scheffeln. Und dieses Privileg hat die Finanzbranche seit langer Zeit und in den letzten Jahren ungehemmt. Und das muss man schon überdenken, ob das so sinnvoll ist.